Es geht um einen Aspekt, der uns in Bayern definitiv berühmt gemacht hat, aber man muss auch sagen, in Verruf gebracht. Die Sprache. So, raus. Nein, Schmarrn, du darfst nur da bleiben. Es ist die Volksmusik fast genauso schlimm. Genau, aber ich merk schon von deinem Gesichtsausdruck, du bist schon auch Fan irgendwo. Von der Volksmusik? Ja, grundsätzlich. Ja, ja. Das hat er jetzt aber lieb gesagt. Also ich würde sagen, diese Aufgabe gebe ich jetzt mal an unseren Musikfachmann Bernhard Fleischi Fleischmann ab. Muss ich jetzt singen? Das werden wir dann schon singen. Es gibt deutlich schlechtere Plätze in Bayern als ein bayerischer Biergarten. Lieber Olli, herzlich willkommen beim Masskrug Musi-Spiel. Die Aufgabenstellung ist folgendermaßen, ich spiele dir anhand dieses relativ unbekannten bayerischen Instruments, weil wir uns nämlich des Masskrugs eine Melodie vor und du musst es ganz einfach da ran. Das ist total easy, wenn man es erratet. Und ich muss jetzt noch ganz kurz das Instrument stimmen. Und dann geht's gleich los. Mie, mie, mie. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber jetzt gilt es, ich spiele dir etwas vor. Und bitte lieber Olli, errate es, weil sonst wirkt es schlecht auf dich und schlecht auf mich. Das ist ein sehr schwerer Masskrug, deswegen tausche ich den jetzt einfach noch mal. Masskrugofon, bitte in die Höhe. Und drei, zwei, eins und ... Und so weiter und so fort. Und Schluss. Das war von der bayerischen Band Queen. Ja, war! Von einer bayerischen Band, meint er, ja. Wir werden das Ganze ... Sag noch mal ganz kurz deine Antwort, du hast es gesagt. We will rock you. Oder auf Deutsch, wir werden euch rocken. Mhm, sehr schön. Also ich kann dazu ehrlich gesagt nicht viel sagen, weil das muss unser Fleisch auflösen. Das Ganze darf ich, ist ja ja da. Flasche, was sagst du dazu? Also das ist ganz schwer, weil ich glaube, es gibt nichts anderes, was das Rhythmus hat. Aber hier nochmal. Zum Vergleich das Original. Queen, we will rock you. Bitte nicht das Bier verschütten. We will, we will rock you. Ich bin begeistert, ja. Aber es bleibt natürlich nicht bei dem einen Lied. Ist auch klar. Auf einem Bein steht man nicht. Gell? Das machen wir nicht. Das heißt, wir haben natürlich noch ein zweites Liedchen für dich, das du bitte bei der Masskrug muss ich beantworten beziehungsweise. Ich finde, du sprichst so schön. Ich finde das so toll. Nein, nein, wirklich. Ich muss ja ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen, weil meine peinlichste Sache, mein erster Job, mein erster Filmjob war XY ungelöst. Und da hat man mich gefragt, ob ich bayerisch sprechen könnte. Ich habe gesagt, ja klar, das kann ich und so. Und das kann ich eben überhaupt nicht. Und das Schlimmste ist, wenn Schauspieler versuchen Dialekt zu sprechen, den sie nicht können. Ich war am Set und der erste Take, nachdem ich das erste Mal bayerisch versucht habe zu sprechen, hat der bayerische Tonmann seinen Kopfhörer weggeschmissen. Das ist nur eine kurze Anekdote. Und hat sich übergeben, oder was? Das kenne ich auch von meinen Reden. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt dann doch nochmal das zweite Lied. Jetzt bin ich echt gespannt, weil das ist nicht ganz so einfach, muss man sagen. Fleischi, bitte. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ob das auch alles so funktioniert. Jahrelang habe ich für diesen Moment trainiert. Es gilt jetzt, eine Melodie zu erraten. Dazu muss man noch kurz ein bisschen umbauen. Ich darf vorstellen, hier ist das Maskrugophon, bitte schön, in Position. Ich habe mir ein leichtes Schlagwerk zugelegt, ich bin ja der Maskrugophonist. Und es gilt, die Melodie zu erraten. Maskrugophon wieder ab. Und Olli. Komm, sag's uns. Tu es, tu es. Tun's, Ollis? Wie tut man das? ACDC. Highway to Hell. So. Jetzt kommt ihr. Wir wissen ja noch gar nicht, ob das richtig ist. Das sagt unser erster Fleischi. Oder möchten Sie das vielleicht? Da lassen Sie ruhig diesen lustigen Mann mit dem rot karierten Hemd. Es ist Wahnsinn. Ich krieg Migräne. So. Fleischi, bitte. Mit der Auflösung der Maskrugmusi habe ich wirklich beide Hände voll zu tun. Hier nochmal meine Vision, hier das Original. Und, bitteschön, Maskrugophon in die Höhe. ACDC. Highway to Hell. Zerstört eure Fissur. Zerstört ihr. Wasse ein Vielen Dank.